Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 verursacht ein kleiner Zeh einen tödlichen Unfall. Los geht's! In der Hölle ist es gruselig, finden die Helden, und dabei sind sie lediglich in deren äußerster Ebene Avernus, die von Zariel beherrscht wird, und einer von Zariels Untertanen ist der Teufel Raphael, in dessen Haus der Hoffnung sich die Helden befinden. Und offensichtlich ist Raphael ein sehr, sehr fleißiger, höllischer Geschäftsmann, hat hier sehr viele Sterbliche in Verträge hineingelockt, und nun haben die hier den Salat, sind gepeinigt, gequält, verspottet, und wer weiß was nicht noch alles. Und das sind ja nur die paar, die wir hier noch in halbwegs normaler Umgebung sehen, da gibt's noch ganz andere. Zum Beispiel diese Hoffnung, die irgendwie angekettet zu sein scheint. Hm. Wir müssen weitere Erkenntnisse gewinnen, und die finden wir ja vielleicht hier, diesen Mahagoni-Kleiderschrank. Oh, was ist denn das? Schuldnerkleidung. Ah. Wenn wir uns nicht mit Hoffnung geeinigt hätten, dann würden wir das hier anziehen können, offensichtlich. Interessant. Aber ich denke mal, ich denke mal, wir können uns auf diesen Zustand verlassen. Ich denke, möchten wir möglichst wenig, wenige Dinge anfassen, die jetzt nicht wirklich von Wert sind und ungefährlich erscheinen. Den Schlüssel haben wir nicht. Oh, zweimal Trank des Engels Schlafs. Uiuiuiuiui. Über die Erschaffung des Orphischen Hammers. Was ist denn das für eine Box hier? Lesen aber ganz dringend. Eine detaillierte Geschichte des Orphischen Hammers. Sie beschreibt die infernalischen Arbeiter, die Raphael einsetzte, um die seltenen Materialien für den Hammer zu finden und abzubauen, sowie seinen angedachten Verwendungszweck. Der Hammer ist keine Waffe, er ist eine Versicherung. Seine Funktion ist sehr spezifisch, seine Nützlichkeit jedoch grenzenlos. Keine von infernalischer Hand geschmiedeten Ketten können seiner Macht trotzen. Denn sein Kern besteht aus einer metallhaltigen Legierung, welche die reinste Essenz aller neuen Höllen vereint. Sollte ich jemals die Gefangenen befreien müssen, die in der Eisenstadt dis festgehalten werden, oder die Schatzkammern von Nargus zerschmettern, oder gar die Kinder der Gitt befreien, mein Hammer ist der Aufgabe gewachsen. Genau, die Kinder der Gitt befreien. Das ist genau das, worauf er hier anspielt. Die Kinder der Gitt, das sind die Gitt-Yanki. Und sie zu befreien von dem Joch von Vlarkit, der Sohn zur Vierten, dann geht das nur mit dem Hammer. Also er hat sich das als Werkzeug zurechtgelegt, um Optionen zu haben. Ein kluger Geschäftsmann, das muss Dringil anerkennen. Aber das Buch ist jetzt nicht so weit von Interesse, dass wir es unbedingt mitnehmen müssen. Wie gesagt, Dringil möchte möglichst wenig mitnehmen. Außer Dinge, denen er nicht widerstehen kann, oder die wirklich nützlich und wertvoll sind. Und die nicht in irgendeiner Weise verflucht erscheinen, oder dergleichen. Was haben wir hier? Benevolence, aha. Also wenn irgendwelche Schulden bezahlt sind, dann erfreut euch des neuen Lebens, das ich euch, das mein Wohlwollen verdankt. Sind hier hinter etwa diejenigen, sind hier hinter etwa diejenigen, die ihre Schulden beglichen haben? Das wäre gar keiner. Hm. Also, mystischer Energiefrohrang, wer bist denn du? Voyeuristischer ewiger Schuldner! Voyeuristischer! Erwischt! Okay, also, was kann man hier machen? Wir brauchen eine Einladung, aha. Irgendwelche schwurbeligen Worte, dass es hier so toll wäre. In diesen Mahagoni-Schränken finden wir dann bestimmt weitere Schuldnerkleidung. Genau. Ich habe das verdient. Ich danke euch, danke. Ja, okay. Hau ab. Oh, amnischert es her, Wein! Ah, ei, 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 ei. Nein, nein. Dingil beißt sich auf die Zunge. Diesen feinen Wein, den lässt er hier. Wer weiß, was mit diesem ist. Anderer Wein, den wir hier gefunden haben, der war bereits vergiftet. Nein, 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 nein. Das ist zu gefährlich. Schwertküsstliederbuch, das kennen wir auch schon. Da ist bestimmt nichts drin. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Nichts Besonderes. Nichts Neues zumindest. Hier geht es irgendwo nach oben. Wieder auf so einen Balkon. Oder was ist denn das hier überhaupt? Schwierigkeitsgrad 10. Inaktiver, infernalischer Edelstein. Wir wissen doch gar nicht, was das Ding macht. Aber jetzt fummelt Rinkel schon mal gerade dran herum. Vielleicht sagt ihm seine Weisheit ja irgendwas. Ja, die sagt ihm was. Was sagt sie ihm denn? Was ist das? Jetzt haben wir diesen Kontroll-Edelstein aktiviert. Das hat Rinkel irgendwie versehentlich getan. Man ist sich nicht sicher, ob das irgendwie sinnvoll war. Auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so schwierig, dass er denkt, etwas ganz Besonderes getan zu haben. Wer bist du? Ein visionärer ewiger Schuldner. Na gut. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Von diesem Festhalten noch nicht ganz. Aber bald. Unsterblicher ewiger Schuldner. Der Geist hält sich selbst. Was ist das hier? Ross. Der purest von all den Dingen, die bärten. Eine Glorifizierung des Zorns. Hier ist noch also ein Balkon. Vielleicht finden wir hier ja noch ein weiteres Dokument. Sicherheitsverstoß lesen. Leider müssen wir einen bedauerlichen Zwischenfall in unserem geschätzten Haus der Hoffnung melden. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einer der Gäste durch unersättliche Neugier um den Verstand gebracht, die Unantastbarkeit eures verehrten Boudoirs zu durchbrechen versucht hat. Das fehlgeleitete Individuum, dessen Verstand durch ein verzweifeltes Verlangen nach verbotenem Wissen vernebelt war, versuchte, sich Zutritt zu euren Privatgemärchern zu verschaffen und die Geheimnisse darin aufzudecken. Es dachte, die Hintertür auf dem Balkon könnte ihm als heimlicher Pfad zur Erkenntnis dienen. Doch seid versichert, mein Herr, dass unsere aufmerksamen Wächter sofort interveniert haben. und weitere unbefugte Handlungen unterbunden haben. Darum verwandeln uns bitte nicht in Lemuren. Aha. Auf dem Balkon gibt es irgendeine Hintertür. Sehr interessant. Hier gibt es Silberkelche. So, hier gibt es nochmal eine Tafel. Wenn du sein Bettgenosse wirst, dann wirst du wahre Lust erfahren. Ja, Trinky glaubt schon, dass Raphael was drauf hat. In der Kiste. Um das mal so vulgär auszudrücken. Aber es ist trotzdem nicht wert. Das ist es trotzdem nicht wert. So, hier wären wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite von dieser Festmahlhalle aus gesehen. Da steht was. Ah, ich bin das Gesetz. Alles klar. Diese Tür ist ja offen. Und führt in. Ah. Nicht in, sondern wieder raus. Was ist denn das da? Ein Gang, der irgendwo in einen grün leuchtenden Kerker hinunterführt. Oh. Ist das der Balkon, von dem gerade die Rede war? Trinky erkennt, dass man hier tatsächlich über diesen Fels, über diese Felsen klettern könnte. Und dann würde man vielleicht diesen, diesen, wie nennt man das denn? Diesen Swimmingpool hier, dieses Badebecken erreichen. Oh. Aber lasst uns doch einmal noch rundherum gehen, soweit es geht. Bevor wir hier Dinge tun, die uns irgendwo hinbringen, wo wir dann vielleicht nicht zurückkommen. Auf jeden Fall eine gute Idee. Na, was willst du, verirrte Seele? Gar nichts. Hier, der Chaos des Weltes, ist schmerzt. Hier, die Verwaltung des Lebens, ist passiviert. Hier, gibt es Ordnung. Naja, irgendwelcher Unfug, der hier drinsteht, das übersetze ich gar nicht. Das ist alles Quatsch, alles Propaganda. Bescheidener Leitfaden zu weinen. Wie zu weinen der Schwertküste. Lesen, das ist auf jeden Fall neu. Ach, zu weinen, natürlich. Ein Weinführer, eines Sommeliers, der die Weine der Schwertküste vorstellt. Alles klar, das haben wir doch schon mal gesehen. Irgendwo in dieser Bar, in der wir mal drin waren. Ich glaube, da war das. Oder im Hinterzimmer des Barkeepers. Hinten fast uninteressant. Hier, die Gründung von Baldurs Tor. Kennen wir das schon? Die gekürzte Version von Plamondons beliebter Geschichte des Tors. Im lockeren Plauderton geschrieben und daher sehr viel zugänglicher, als die meisten eher gelehrten Geschichtsbücher ein Auszug. Das gemütliche, sicherförmige Land rund um den Grauen Hafen ist seit mindestens 1500 Jahren besiedelt. Von ländlichen Fischern und Strandgutsammlern, ebenso wie von zwielichtigen Schmugglern und echten Piraten. Eine dauerhafte Stadt gibt es im Grunde aber nie. Bis ein unternehmungslustiger Seefahrer namens Balduran eines Tages mit einem Laderaum voller Gold zurückkehrte. Er gab das Gold großzügig aus, baute Werften und Lagerhäuser am Wasser und eine gewaltige Granitmauer, die sich halbkreisförmig an die Hänge schmiegte, um alles vor Räubern zu beschützen, die von den Totenfeldern hinabkamen. Das haben wir schon mal gelesen. Kommt mir dann doch vagebekannt vor. Das hier ist der Weg zurück zu diesem Festsaal. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt aufmachen, denke ich. Hier ist noch ein Kleiderschrank. Mit noch mehr Schuldnerkleider. Gut, wir hätten ja auch hier zuerst lang gehen können. Und wenn wir die Verkleidung nicht gehabt hätten, hätten wir hier in Konflikt geraten und hätten uns dann verkleiden müssen. So ein schönes Pferd, so ein schönes Gefängnis. Ja, gehen wir aus dem Licht. Silbertäller. Eine opulente... Oh, hier ist eine Gefängnisluke. Eine opulente Truhe. Kampfmagier, Macht, Feuerresistenz, Elixier der Bosheit, Gold und Nebelschritt. Dinge, die wir durchaus gebrauchen können. Die Vasen sind leer und hier im Schrank haben wir die nächste Kleidung. Genau. Gut. Da gibt es eine Gefängnislukenpassage. Hm. Also. Was haben wir denn jetzt gelernt? Wir haben gelernt... ...dass es hier rundherum nirgendwo einen Raum gibt, von dem wir glauben, dass sich darin diese Handschuhe befinden. Hm. Okay. Was ist das für eine Tür hier? Äußere Portale? Oh. Was ist das? Ihr seht wahrlich, Herr Bern, mich aus. Perfekt. Ihr seid wahrlich, Herr Bern, mich aus. Perfekt. Was möchtest du von uns? Hä? Hä? Also, die Helden glauben, dass es sich hier um irgendeine Art Portal-Kreuzung handelt, um einen... Wir haben eine Kreuzung im weitesten Sinne, wo die Wege hinführen, wissen Sie nicht. Du wirst hier weder herausfinden, noch rein. Hier muss es doch was Nützliches geben. Oh, es gibt es. Es gibt es. Ah, hier ist nicht das, was wir brauchen, sagt sie. Die Frage ist, können wir ihr trauen? Sie sagt, wenn man lange genug in diese Portale hineinstarrt, dann... Dann denkt man, man fällt in einen Abgrund. Ein Portal nach Ad-Kadla, ein Portal nach Niewinter, nach Tiefwasser, Baldwurst-Tor, Mephistar, Portal nach Luskan, Menzo-Beranzan. Naja, wir wissen, dass Raphael schnell und weit reist, dass er überall Geschäfte macht. Das hier ist offenbar sein Knotenpunkt, der Schnellreise. Auf dem Boden hier sehen wir auch eine Karte, wenn ich das richtig deute. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was das ist, ist das die Schwertküste? Hier ist eine Windrose. Aber die sagt uns auch nicht, wo Norden ist, oder? Ist das so Norden, weil die da anders aussieht? Bin mir nicht sicher. Naja, jedenfalls, das ist eine Landkarte. Und die Helden haben aber nicht vor, hier diese Wege zu benutzen, weil sie glauben, wenn es so einfach wäre, durch diese Portale zu gehen, dann könnten ja irgendwelche Seelen hier auch entkommen. Das wird der gute Raphael schon geschützt haben. Außerdem wollen wir jetzt nicht versehentlich irgendwo hingeraten, von wo aus wir dann unsere Geschicke nicht mehr in die Hand nehmen können. Und nach Baldur's Vor zurückzukehren wollen wir jetzt eigentlich nicht. Außerdem haben wir da unser eigenes Portal. Also die Helden glauben nach eigener Begutachtung der Hoffnung, dass dort nichts ist, was sie brauchen. Ja, wir haben hier in der Mitte diesen seltsamen Raum. Da hatten wir jetzt einen dieser seltsamen Kristalle angefasst und aktiviert. Das war hier. Gab es auf der anderen Seite auch noch so eine Treppe mit so einem Kristall? Es könnte sein, dass ich die übersehen habe. Dann lasst uns da mal schauen. Ne, hier gibt es es nicht, ja? Hier gibt es selbiges nicht. Es gibt nur das Ding da. Ist ja auch genau da in der Mitte. Also hier scheint doch irgendein Raum dahinter zu sein. Glaubt Dringil, der versucht den Grundriss des Gebäudes so ein bisschen im Kopf aufzubauen. Ja, was machen wir? Wir schauen mal über diesen Balkon hin zu diesem Pool. Das ist dann noch eins weiter da unten und dann raus. Und dann gibt es eine Kletterpartie. Trinkil illert da mal rüber und schlägt vor, dass er da mal alleine rüber springt und nachschaut. Da sind die anderen aber dagegen und meinten, wir werden uns hier auf keinen Fall trennen. Wenn wir da uns umschauen, dann schauen wir uns dort alle um. Und Dringil lässt sich davon überzeugt, dass das tatsächlich ein sinnvoller Gedanke ist, weil wir hier eben nicht auf der normalen materiellen Ebene sind. Jetzt ist Trinkil gestorben. Das kann nicht wahr sein. Weil er an diesem C hängen geblieben ist beim Springen. Das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt kann ich ihn auch nicht mehr wiederbeleben. Seht ihr das? Ey, das glaube ich nicht. Ja, doch, da ist er. Ey, Trinkil, wirklich. Du kannst ja nichts dafür. Was ist das für eine Kacke hier mit diesem Scheiß? Das mit dem Springen ist echt buggy. Also, Rollenspielerisch gesehen ist es nicht passiert, was hier gerade passiert ist. Ja, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Das ist ja echt ein unfassbarer Unsinn. Jetzt habe ich den Salat hier. Ja, dann. Dann trink dir einen. Meine Güte, ey. Kommst du da jetzt drüber, ohne mit dem Auge an diesem C hängen zu bleiben, wo es überhaupt will? Ach, der kommt da nicht rüber. Doch, kommt er. Ja, jetzt habe ich das wieder nicht ausgeschaltet. Jetzt hüpfen sie alle wieder kreuz und quer. Es ist wunderschön. Wunderschön. So, Will, jetzt kannst du auch mal sterben. So, drink dir. Weil der C ist nicht im Weg, ja? Toll. Grr. Okay, da oben kann man hochklettern. Das kriegen die Helden hin. Das ist nicht so wahnsinnig hoch, dass es nicht ginge. Da liegt jemand. Wer liegt denn da? Da liegt ein Inkubus auf einem Bett. Ich weiß nicht, ob mir diese Kombination von Tatsachen gefällt. Ist der am Schlafen? Das wissen wir nicht. Der ist von außen gar nicht gesehen. Also war gar nicht zu sehen. Eieieiei. Na, so ein Inkubus, das scheint irgendein Diener Raphaels zu sein. Der liegt da, als hätte er nichts zu tun. Das ist dieses Boudoir. Hm. Können wir hier schleichen, dass der uns gar nicht sieht? Im Moment wüssten die Helden nicht, warum sie mit ihm sprechen sollten oder ihn angreifen sollten. Was haben wir denn hier? Ein Glaspokal. Ach, dieser Dessert war jetzt schon wieder. Da müssen wir stehen lassen mal wieder. Aber Glaspokale, die sind ja gar nicht so... Die nehmen wir aber mit. Hier ist ja diese Großinquisitorin. Die darf ja sich hier aufhalten in diesem Boudoir. Bezähl mir in der Hoffnung. Teil 2 lesen. Na, das ist das, was wir schon kennen. Mit diesem Traumfänger. Hm. Teil 1 würde mich interessieren. Ja, da ist ein Inkubus. Wie gesagt, ich schleiche mal alleine da rum. Eigentlich wollen wir den gar nicht wecken. Gar nicht wecken. Gar nicht wecken. Vielleicht ist er hier ja da, um Dienstleistungen für die Großinquisitorin zu erbringen, falls sie die gerade benötigt. Oh. Schwierigkeitsgrad 1. Wir haben es entdeckt in der Badebucht hier. Haben wir denn da entdeckt? Hä? Ein Genesungshahn. Oh. Ist es das, was ich glaube, dass es das ist? Also vom Namen her? Moment. Das sind einfach nur irgendwelche Kleidungsstücke, das unteren Rand. Silberteller nehmen wir mit. Hau ab, verhörte Seele. Du störst hier meine Kreise. Außerdem lässt du drin jetzt Verstecksein auffliegen. Du spinnst wohl. Nur Kleidung. Noch ein Genesungshahn. Oh, damit kann man sich komplett hochheilen. Ja, wenn ich das mal gerade eben schon gewusst hätte, dann hätte ich mir die Heiltränke gespart. Aber wer kann denn damit rechnen? So, die Kata Sune brauchen wir uns nicht anzuschauen. Vielleicht gibt es aber hier noch irgendwie dieses andere, diesen Text hier, die Hoffnung und so weiter. Teil 1. Das wäre doch mal was. Okay. Oh, ein Goldbarren, nehmen wir mit. Öl der Verbrennung, Elixier der typischen Bewegung. Ja. Elixier der typischen Bewegung. Ich kann das aussprechen, aber nur, wenn ich mich konzentriere. Ja, Drinkel überlegt immer noch. Oh, kann man das hier aufmachen? Ja. Das war dann wohl der Inkubus. Wir waren das nicht. Wir waren ja nie hier. Nochmal, Engelsschlaf. Was ist denn hier los? Amethyst, Dunkelheit, Transposition. Das war aber echt feiner Inhalt. Jeden Tag geht ein Stück von dir verloren. Ja. Leider nicht genug. Weil du nervst nämlich immer noch. Grüne Weinbärenstück, Sonnenmelone, ja. Also, Drinkel überlegt, sollte man diesen Inkubus ansprechen? Und er sagt, oder sagt sich, nee, das ist im Zweifelsfall jemand, der hier Alarm schlägt, weil er ein höhergestellter Diener ist von Raphael, wenn der uns hier nicht bemerkt. Und offenbar gibt es ja auch überhaupt nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Der hat zwar einiges an Beute gemacht, aber das ist ja jetzt alles... Knopf. Aber das ist ja alles nicht so relevant gewesen für unser eigentliches Ziel. Wir haben einen Knopf entdeckt. War die Muffet geschehen. Du hast den Knopf nicht gesehen. Ja, klar. Na ja, ein bisschen für Verwirrung zu sorgen, kann ja auch nicht schaden. Was macht denn der Knopf? Oh. Der macht hier einen Tresor auf. Raphaels Tresor, wichtig. Okay. Leider bringt das sofort den Inkubus gegen uns auf. Ah, na gut. Okay, aber... Da ist ein Tresor dahinter und der soll nicht geöffnet werden. Das ist total wichtig für uns. Da müssen wir jetzt durch. Wir müssen diese Teufelchen aus dem Weg räumen. Was sind das für welche? Was sind das für welche? Tja, wie werden wir derer Herr? Da hinten stehen die ganzen Gefährten. Das heißt, die da gehen gleich auf Dringil. Da müssen wir was dagegen tun. Was wäre denn da? Den Bombenpfeil hinzuschießen? Hm, dann sind die irgendwie... Ne, warte mal. Einer ist runtergefallen und ist wieder da. Er fliegt ja auch. Man kann ihn natürlich nicht in den Abgrund werfen. Dringil hat Schaden gemacht, aber nicht so viel, wie ihm lieb gewesen wäre. Deswegen verstecken. Weg. Und... Noch mal ein bisschen mehr weg. Wo ist hier da dunkel? Ist das hier irgendwo halb dunkel wenigstens? Da ist es nicht ganz so hell. Okay. Ja, dann sucht mal Dringil. Viel Spaß. Schauriger Strahl auf Schattenherz. Tja, er ist nicht da. Präsenz erkennen. Nette Idee. Ach, bis die ja mal dran gewesen sind. Das dauert ja ewig. So, Carla. Wem können wir ja eine überbraten? Der da ist ja fast platt. Elf. Das schaffst du doch wohl. Jawohl. 17 schwierig. 12 geht aber. So, zwei weniger, die dran sind. Danke. Ich schipp's den mal da hin. Vielleicht nutzt das einem anderen was. Okay. Hm. Irgendwie fehlt mal. Ach, hier ist der dritte. Ja, okay. Da verstehe ich ja. Nicht so schön. Wir machen hier ein Standardprogramm. Wir schießen noch einen Bombenpfeil. Und lassen wir uns mal überlegen. Haben wir irgendeine Anfälligkeit? Immun gegen Kälte und Gift. Immun gegen Feuer und Gift. Kälte resistent. Und weißt, was zu tun. Das hat sich beide jetzt arg getroffen. Damit wird Will arbeiten müssen. Wir können ja den Genesungshahn benutzen gleich. Deswegen würde ich mir die Heilsprüche jetzt tatsächlich sparen. Will. 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 Der Weg zu diesem ist unterbrochen. Das ist natürlich sehr schade. Aber wir kennen's ja auch irgendwie gar nicht anders. Was? So? Ach, genau so gefallen, dass keiner stirbt. Der hat doch noch einen Punkt, ey. Ach, noch einen Punkt. Wie schade. Ringiel. Dieser Harley. Was ist der eigentlich? Das ist ein Inkubus. Ein Unhold. Dagegen haben wir doch was. Des Unholdtötens haben wir definitiv. Das weiß ich. Tiertöten. Elementartöten. Warum ist der Pfeil, den man sucht, immer der letzte, den man findet? Unholdtöten-Pfeil. So. Nur 75 Prozent. Das ist aber echt wenig. Ach, wegen der Reichweite. Okay. Na dann. Kannst du noch ein bisschen näher ran. Ist es jetzt besser? Ist es besser? 94. 90. Komm. Oh, der tat richtig weh. Der ist verschw- Ne. Hä? Der hat sich irgendwie... Was hat er denn gemacht? Ätherisches Entkommen. Als Reaktion auf erhinten Schaden ist der Inkubus zur Äther-Ebene geflohen und kann weder Schaden erleiden noch als Ziel anvisiert werden, bis er zu Beginn seines nächsten Zugs zurückkehrt. Das ist ja jetzt gleich der Fall. Das ist ja jetzt gleich der Fall. Aha, interessant. Ja gut, den konnte jetzt eh keiner angreifen. Insofern haben wir dadurch keinen Verlust. Aber der hat ja richtig reingehauen. Und 13, 13, 13, 36, 6. Sehr schön. Dingle freut sich. Wenn der Krieg will, dann hat er ihn jetzt bekommen. Überhaupt kein Problem. Er hätte ja einfach auf dem Bett liegen bleiben können, aber wollte er ja nicht. Verstecken. Ja, genau. Versteck dich mal noch irgendwo, wo es nicht so hell ist. Da vielleicht. Danke. Jetzt sind wieder Tausende und ein Teufelchen dran. Und Nerven. Er kommt zurück. Kann er noch was, noch was machen? Ja, kann er. Was macht er denn da? So, Karlach. Es ist total einladend, ihn einzugreifen. Aber ihn wirst du nicht umhauen. Du kannst aber dieses Teufelchen umhauen. Es sind 17 Punkten. Oh, Punktlandung. Sehr schön. Ich hätte gedacht, ich brauche zwei Hiebe dafür. Kannst du ihm ja doch noch eins geben. Oder diesem Teufelchen da. Also hier müsste man ja tendenziell einen Pfeil der vielen Ziele draufhauen. Aber das steht so weit weg von allen anderen Teufelchen. Nee, komm, dann hau das um. Dann spare ich mir da diesen Pfeil. So, Schattenherz. Wir sehen dort wieder eine schöne Gegneransammlung. Und wieder verpisst er sich. Es kann Dringy ihn nicht angreifen. Das ist aber schade. Aber nichts zu ändern. Der scheint jedes Mal sich verpissen zu dürfen. Interessant. So, was kann man denn hier mit dir machen? 88. Ich hoffe, das wird was. Ja, beide weg. Sehr gut. Du kannst dich schon mal in Richtung dieses Hanstar bewegen. Tringy würde gerne schießen. Aber kann gar nicht, weil der Gegner gar nicht da ist. Das ist ja richtig schade. Dann ziehe ich jedenfalls noch ein bisschen näher ran. Ja. Er kommt wieder und macht gar nichts. Oh ja, aber macht Karlach halt was. Und zwar Ärger. Das war ein Crit. Oh, das tut nicht gut. Schon wieder weg. Oh, meinetwegen. Ich glaube, Schattenherz geht mal in die Richtung. Laufenderweise. Will, kannst du denn schon an den Han dran? Naja. Will müht sich voran. Ja, ja. Ja, Dringy, irgendwie nehmen die dir immer deinen Gegner weg. Aber nicht drauf zu zaubern ist ja auch keine Lösung. Karlach keilt zurück, weil er sich von ihr entfernen wollte offensichtlich. Nix da. Ja, 44 Schaden macht Karlach aber nicht. Aber Dringy macht den. Aber ich fürchte, der hat Dringy gesehen, weil er sich umgedreht hat. Genau in diese Richtung. Warum hast du dich genau in die Richtung umgedreht? Das ist doch schon wieder alles Betrug. Ein Krallach macht jetzt mal absichtlich nichts. Dringy hat vor, das Problem zu lösen. Wie, du kannst nicht. Hast du noch deine Hauptaktion frei? Aber man kann es im Kampf nicht machen. Ach so. Schade. Ist das wirklich der beste Zeit? Ja, ist es. So, Dringy. Da ist der Gegner. Er sieht dich, aber das kann dir ja egal sein. Du schlüpfst da vorbei. Versteckst dich hier. Dahin. Pfeil des Unholdtötens. Ach, wo ist er denn jetzt? Da. Das hat dich gereicht, ehrlich. 19 plus 2. 21. 35 von 44. Ach, schade. Aber da kommt gleich wieder. Da kann Karlach ihm den Rest geben. Jawohl. Okay, der stellt kein Alarm mehr. Und wir können uns hier jetzt endlich mal heilen. Ach, das machen dann gleich alle, die am Hahn stehen. Interessant. Das kann er Karlach auch machen. Und Dringy. Der schaut sich den Tresor hier gleich mal von innen an. Bitte alle hier sammeln. Ja. Trinke mal kurz ein paar Fingerübungen. Aber er ist zu vorsichtig, das hinzubekommen. Siehste. Was versteckt Raphael denn hier? Oh, Seelenmünzen ganz viele. Und Raphaels Notizen. Das ist hochinteressant. Lesen. Die Schauspieler haben endlich Baldors Tor erreicht. Es kann also der nächste Akt meines Stücks beginnen. Sie haben das Geheimnis des Astralprismas ergründet. Doch ich werde Ihnen sagen, dass ich den Schlüssel habe. Den orfischen Hammer. Den einzigen Gegenstand, der die Ketten des Prinzen sprengeln kann. Der Hammer wird sicher im Archiv verwahrt. Von einem Kennwort beschützt. Wie soll es lauten? Vielleicht. Gebt mir die Sehnsucht meines Herzens. Ja, vielleicht. Oder ist das das Kennwort? Interessant. Ja, tatsächlich. Ein Kennwort. So. Gibt es noch was hier abzustauben? Die rachsüchtigen Teufelchen. Das waren alles arme Kreaturen. Die haben gar nichts dabei. Wenn drei nichts haben, gucke ich mir die anderen gar nicht an. Aber eher vielleicht. Halep. Der Schlüssel ist Raphaels Tresor. Den lassen wir ihm mal. Soll es doch so aussehen, als hätte er versucht, den Tresor aufzumachen. Oh, das ist eine Unterwäsche. Nehmen wir die mit? Wir nehmen sie mit. Ich weiß zwar nicht, wofür, aber wir nehmen sie mit. Und Höllenlichthandschuhe. Was genau erteilt ewige Strafe, Belohnung, Absolution? Vielleicht ist es nicht nur der Glaube an eine Gottheit, deren Wirken in den Reichen sichtbar ist. Oder das Fehlen dieses Glaubens in dir selbst. Viel entscheidender ist möglicherweise, ob die wichtigsten Götter und Teufel an dich glauben. Infernalische Sinnesstärfe. Überhältst ein Bonus von Plus 1 auf Zauberangriffswürfe und Rettungsschwierigkeitsgrad. So heißt das. Infernalische Berührung. Deine Waffenangriffe bewirken zusätzlich einen der sechs Feuerschaden. Waffenlosenangriffe, nekrotischen Schaden und möglicherweise Blutung. Buh, naja. Hm. Für meine Gruppe ist es eher was für Wild, aber Letterschuhe und sowas ähnliches. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Wir geben ihm diese Handschuhe. So, sehr gut. Die Episode ist lang genug. Wir haben was erreicht und erfahren. Ich würde die Helden jetzt mal ganz frech da draußen hinstellen. Denn hier müssen wir irgendwie weitermachen. Und eigentlich haben wir momentan nur... Ah, ne. Wir haben auch noch die Möglichkeit, über den Balkon da unten in diesen Keller zu gucken. In dieses Gefängnis. Aber sollten wir da erst rein? Nicht erst rein, wenn wir den Hammer haben. Auf der anderen Seite ist es vielleicht besser, sich dort vorher die Sachlage anzuschauen und zu wissen, wo überhaupt die Hoffnung festgehalten wird. Hm. Hm. Ja. Da denke ich, werden wir uns mal diesen Keller näher anschauen. Das heißt, die Helden begeben sich schon mal da wieder an diesen Balkon, von wo aus wir springen mussten. Das war hier. Und da gibt es die nächste Kletterpartie. Diesmal bitte ohne Genickbruch, Dringil. Ne. Da unten hinein. Und was uns dort erwartet, das sehen wir gleich ab dem Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.